als online gekommen wird wird wieder nicht so lange ich wies nicht warum du ständig offline gehst auch einmal wir wollten noch trotz haben die altruppe trug nehmen wir truffit aber man kann die aber ohne eine ausgetreten mit dem auto ohne abschießen machen wir drei jaja herzlich willkommen zu Norden GTA online zusammen mit dem Jan heute mal mit der Frage im Hintergrund ach du scheiße heute mal mit Trucks das ist mal interessant Jan wird es umändern müssen was jetzt schaffen wir doch einfach so eine Looping mit dem Auto ich hoffe wir kriegen Speed du hättest es umändern müssen glaube ich ich konnte aber die Geländewagen nicht umändern Freunde macht das bitte schon mal geschafft auf 50 Minuten ich konnte aber nicht echt nicht nein ich sehe nicht ach guck mal du kriegst hier Speed den heb ich dann auch oder obwohl hier ich sehe zwar nichts aber ich auch nicht ich fliege dauernd gegen diesen scheiß Ball immer ich glaube du brauchst den Speed sogar hier ich glaube ich nicht da klaut du mir einfach den Speed ey ich glaube ich gerne oh sorry die Meppe ist aber die Straße aber saugroß naja die haben sie extra so gemacht denke ich mal oh ist hinter dem Windschatten von hier aber die Karre fährt sich geil eigentlich schon kamen die Kurven? ich kenn die nicht mehr ich hab die noch nie gesehen ah doch ich glaub von wo von dieses Turbinen Stunt da Turbinen Cunning Stunt Stimmt ja davon aaaah jetzt muss ich mal weg ach du scheiße oh nein ich wusste es Gott Gott da geht da hinten noch weiter wie lang der ist alter ich wusste es vor allem wie lang der ist Jan das ist sauschwierig cool ich hab grad meine Nebenkosten bezahlt einfach mal so wie lang wie lang wie viel ich da ausgeben muss ja ja jetzt ist das lang der Walvoid und das mit der Karre ey oh fahr vor los ja ich kann ja nur fahren weiß wie ich auch noch Windschatten von hier geh doch hoch fahr doch nein Jan der fährt einfach nicht du lenkst du komisch fahrnecht scheiße lass mich mal vor da ist auch nicht no contact hier so geht ich hab mich mal ein Stückchen vorgelassen komm jetzt aber warum denn na scheiße ich verstehe das jetzt hier nicht was ich exklusiert einfach warum muss ich denn immer respawn hier ja einfach nur halt mal vor ja vor allem wie lang ist denn ne Ding bitteschön lang und wir haben wohl noch 2 Runden gemacht ey das ist doch scheiße fuck you warum springt denn der jetzt raus der Homo der Homo ist einfach rausgesprungen ja du kannst aussteigen ist ein GTA-Rennen ja aber ich hab ja nichts gemacht deswegen wenn du F druckst der schwul dann haben wir so offensichtlich gleich hochgekommen ob du vielleicht wolltest du D drücken scheiße 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 ich seh gar nichts wie lang der ist ey du schaffst das was ist das denn hä äh wo muss man denn da weiter man hätte ich mal eh ne Runden nähe macht ja aber ich muss weil ich rennen ich kann ja nicht wissen dass hier so ein Wallride schon wieder ist doch scheiße schon wieder mal rückstern ja ne das kann ich nicht Mann ey ne das trägt mich schon wieder auf wenn ich wenigstens eine Runde ne macht ja wir müssen das ja nochmal machen ja ich glaub das ich bin mal glaub ich den können wir das bestimmt besser ne das trägt mich grad Aua scheiße fenn du kannst ja auch nicht gut wie willst du das denn alter komm schon wie viel ist denn noch ich hab's gleich oder ich hab's geschafft ernsthaft keine Ahnung wie fragt mich nicht doch ich frag dich ne da kriegst du keine Antwort drauf ok die Motorhaube ist mal wieder abgeflogen total logisch da ist jetzt vor meinem Rechner mal so leck Wollen die mich verarschen? wieso machen die da ne Rampe hin? ich bin da runtergefahren weil ich dachte da muss die Rampe hören machst du den Wallride noch? ja ich war da bin da rausgefahren weil ich dachte da war ne Rampe ich muss da abfahren na gut wenn einer von uns beendet hat ist ja ok ne ist nicht ok tut mir ja leid aber ich hab's zufällig in dem Schiff weil Glückssache kleiner Nazi ohne auf das muss rauspipsen Mann sag doch nicht dieses Wort ey das musste mal das ist doch geil weil mitten in der Aufnahme so ein Piii ja doch nicht so ein Wort man ist doch scheiße denn sag Wichser oder Hurensohn aber nicht hab ich jetzt gerade mit Absichten nicht das N-Wort ne das piepig nicht raus dann sollen sie sich von mir aus verhaften ne das Problem ist das Video wird dann gesperrt wenn das Wort drinne vorkommt komisch irgendwie ja nicht hä doch warum sind da meine alle online? ja seit neuestem richtigen Inhalt das ist doch so ein Spasti ey geh dich doch erhängen du fetter Junge muss ich jetzt auch rauspiepen die ganze Folge man ist doch scheiße jetzt mach ich den Wallride wieder vielleicht schaff ich den jetzt besser eigentlich hab ich den irgendwie gescheckt irgendwie hab ich den hingekriegt weiß aber nicht obwohl warte mal gib Gas du Spass gib Gas soll ich wenigstens warten denn oder sowas? ich hab's geschafft schon wieder first try diesmal willst du wenigstens vorm Ziel warten? beenden kann? ich schau euch grad zu ich warte doch jetzt nicht 10 Jahre hier hey ich bin doch gleich beim Wallride man nimm doch mal den Checkpoint jetzt hier Affe Jan wieso hast du das grad getan? was denn? das hab ich doch gesehen was hab ich denn gemacht? wieso drehst du dich? du hast voll Zeitpunkt da war schon jetzt hier in der Kurve aber das kann man nicht sehen so schnell geil bin so also Fahrrad mach ich nicht lass doch mal was von ganz ganz früher zocken Pokemon Go auf Gameboy oder was? nein Sniper's vs da hab ich oben ne Map hier sehen ja aber das macht denn nur mit Prisax Spaß weil da brauchen wir ordentlich Leute für Dicker ich hab alle weggesnipert macht's mit mir keinen Spaß? Achja, tschüss Leute sorry